Diesel oder Elektroauto? Derzeit Diesel. Selber fahren oder lieber Chauffeur? Also am liebsten selber. Bier oder Wein? Ich traue mir das in Burgland, kann ich sagen Bier. Mindestlohn oder Viertagewoche? Mindestlohn. ORF oder ServusTV? Beides. Guten Tag oder Grüß Gott? Grüß Gott. Christmette oder Fernsehen? Das wird Fernsehen heuer werden. Heizbonus oder Gaspreisbremse? Leider heizbonus, besser wäre es eine Gelrelle Gaspreisbremse. Alleinregierung oder Koalition? Jetzt ist die Alleinregierung angenehm, aber es wird auch Zeiten der Koalition geben. Grenzkontrollen oder offene Grenzen? Grenzkontrollen. Bundeskanzler oder Burgenlandchef? Jetzt Burgenlandchef.